Musik 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 Sandsreform, komm ok Really? Manchmal frage ich mich echt was das soll Hä? Was ist das denn hier? Vermisst er ein Agent-Intact? Ok Kann ich das jetzt hier benutzen 5 Bedrohungen entdeckt Uiuiui, ok hier direkt Ich bin so schlecht gerade Seid ihr am wenigsten bekommen Schon die Kränen? Hör weg! Der Halt! Ich brauche es! Den haben wir auch Sicht verschwommen, ok Ich würde gerne wissen was das jetzt mit diesem Agenten auf sich hat, wie kann ich die aktivieren die Mission hier? Ort Agenten 70 Meter in die Richtung Ok Ich gehe mal 70 Meter in die Richtung würde ich sagen Ah hier noch was, ok Muss nicht Spuren folgen oder was? Dann lass ich mich dann die Richtung, ok Wir müssen wahrscheinlich hier runter Gut, so So Fange Funkübertragung an, bitte warten Leute, wir müssen den Wasserdruck in der Stadt senken Die löschen unsere Feuer schneller als wir sie legen Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Arbeit behindern Und so 13 Meter in die Richtung Ah guck mal hier haben wir noch was Da vorne ist auch direkt das nächste Wir lassen trotzdem analysieren So 10 Meter in die Richtung Vermisst der Agent gefunden 1 zu 1, ok Ups, das wollte ich gar nicht Schitte Da scheint es gewesen zu sein, oder? Sieht zumindest so aus So, dann gehen wir mal hier runter Bist du in der AK, ok Warnung, Wasserdruck im kritischen Bereich Ok Warnung, Feindkräfte näher in sich Oh ok Bumm Nice Finde ich cool Finde ich cool Warnung, Wasserdruck im kritischen Bereich Warnung, Feindkräfte näher in sich Noch irgendwo Achso Achso, ich muss da hoch So, wie komm ich da hoch? Ach, hier ist ne Leiter Warnung, Feindkräfte näher in sich Warnung, Feindkräfte näher in sich Warnung, Feindkräfte näher in sich Was bist du denn? Er hat ein Schild Loll, der hat echt ein Schild So So Was ist hier? Warnung Warnung, Feindkräfte näher in sich Warnung, Feindkräfte näher in sich Warnung, Feindkräfte näher in sich so auch hier müssen wir noch was machen ok ok, haben wir es jetzt geschafft scheint es jetzt geschafft zu haben müssen wir die munition aufnehmen, nice haben wir eben eine kiste oder so, haben wir nicht, ne haben wir eben eine wasserpumpe in betrieb genommen, auch gut so karte da ist meine komm ich hier raus, ne ich muss echt hier hoch ist hier vielleicht ein leiter oder so, ne natürlich nicht so umständlich ja alles wir jagen den beam hinterher so dann hier hoch oh man alter, was wir hier nicht alles finden ist schon irgendwie krass das ist doch mehr als ich erwartet hatte so wir wollen in die richtung kann ich hier irgendwie durch ich geh einfach mal jetzt hier lang und dann sehen ob ich hier lang kann er hätte nicht gewollt, dass du aufgehst gut, finden wir das noch hier nice ach, hier haben wir noch eine Heda-Werkstatt, ok Werkzeug, da ist auch noch Werkzeug würde ich gerade vermuten so da ist noch Werkzeug ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll aber ganz ehrlich was soll's jetzt denn boah manchmal ist das Ding hier öffnen irgendwie voll kompliziert ne tue ich eigentlich nicht was hat es doch gerade hier man jetzt das sollte rum zu baggen jetzt aber, komm äh, was haben wir bekommen wieder ein bisschen Nahrungspackage oder was ja, scheint so wir sind ja hier, äh, sind full deswegen brauchen wir das nicht hier war noch was ein Brandgeschoss ich weiß noch nicht, ich benutze diese ganzen Brandgeschoss-Dinger und so weiter alles gar nicht von daher so, wo läuft den Beam hin, ey da läuft ich scheinbar gerade nach Hause das wird man eigentlich auch mal machen vielleicht können wir da auch noch ein paar neue Einsatzbefehle und so Stoffentdeckt ah, hier finden wir so viel jetzt gerade wieder mal so ich weiß nicht mal, wofür ich das brauche alles ich sammle es und sammle es, aber ich weiß nicht mal zuführen es gibt keinen Grund ich mach dir den Nette Leute werden von Plünderern als Geiseln festgehalten. Was ist nur aus der Moral der Leute geworden? Ich schicke dir die Koordinaten. Na ja, ich komme, gehe ja schon hin. Okay, der ist zusammengeschossen worden. Geh rein! Los! Wir sind hinter dir! Bewegung! Los, los, los! Schön rückengeschossen, nice. Was ist das jetzt? So, dort haben wir auch. Ja, denke ich auch. Ich bin ja so listbereit, ey. Den kann ich mitnehmen. Ich weiß nicht warum. Na egal, äh. Einfach Leute auf der Straße anschießen, natürlich. Das ist auch so leicht. Wie kommen wir denn hier hin? Ich glaube, irgendwie gerade in Ordnung, ich glaube ich nicht... Oh, da sind wir noch mehr. Ja, da ist so ne Leiche. Da sind wir noch mehr. Scheiße, die haben ihn! Das glaube ich nicht. Was haben wir hier gerade alles wieder machen? Ist auch unglaublich, ey. Zack. Hallo? Müssen wir dich jetzt noch begleiten, oder was? Du hast wohl heute ordentlich Spinat gegessen, wie es aussieht. Ich habe gehört, die netten Leutchen kommen alle wohlbehaltend zurück. Ich werde ihnen ein leckeres Thunfisch-Sandwich vorbereiten. Hm, Thunfisch-Sandwich, geil. Eigentlich wollten wir den ganzen Beam nachjagen und den mal treffen, aber gut, dann halt nicht. So, wir befinden uns hier. Waffenteile? Okay. Die haben wir aber noch nicht erkundet. Ich muss sagen, neuer Nebeninsatz. Uh, wir kriegen immer noch eh Nebeninsätze hier. Hier haben wir auch noch was. Ach, Beam ist jetzt ne Dark... Ne, ist ja auch nicht schon ne Dark Zone, aber... Schön auf dem Weg da hin. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Und erledigen das alles hier. So. Keine Bedrohung entdeckt, okay. Hier wollen wir aber hin. Okay. Schaut das Ding doch an... Scannen, Mann. Scan das Ding doch mal. Nehmen wir mit. Bisschen Munition auffüllen, auch gut. Ah, hier ist aber schon direkt. Äh. So, hier komm ich hoch, okay. Wir müssen eigentlich immer auf den Däschern der Stadt rumlatschen. Natürlich spielt jetzt... Da sind drei Stück. Äh, hier kommen wir nicht lang. Wir müssen also hier lang, okay. Wir dürfen uns also nicht allzu lang mit denen aufhalten. Wie scheint's. Oh. War natürlich super gemacht von mir. Ich wollte ja nicht gedrückt halten. Allerdings, nice. Was hat der hier? Nichts ist denn aufnehmen können, okay. So, wir müssen hier lang. Wie, ich hätte jetzt hier einfach einmal komplett rumlatschen müssen. Lange hat genug Zeit. Dann kann man das eben schnappen. Oh. Das ist blaues. Das klingt nice. Juhu. Ja. Wah. Okay. unsereардy-